Ja, Mahlzeit miteinander. Heute ist Donnerstag, der 5. Mai 2022 und ich verweise hier auf ein Video-Interview. Ich wurde interviewt im Rahmen eines neuen Projektes, das der Reflektor macht, der schon vor einiger Zeit ja mal ein ausgiebiges Interviewprojekt zum Thema Corona gemacht hat, bei dem ich die Ehre hatte, ebenfalls interviewt zu werden. Und er fängt jetzt gerade ein neues Thema an. Das Thema ist Beziehungen, Relationen in der Gegenwart. Die Gesellschaft befindet sich in Wandel und dieser beschleunigt sich zusehend. Viele sicher geglaubte Beziehungsmuster lösen sich auf und es entstehen neue. Also und noch etwas mehr. Ihr könnt das sehen. Ich verlinke, habt ja den Link in der Beschreibung. Und es ist, wie ihr mich kennt, natürlich ein etwas längeres Video geworden. Es gibt in Kürze auch eine Sofort-Premiere, in der ich weiß ich nicht, ob ich reinschauen kann. Denn ich bekomme nachher Besuch unerwartet. Ich weiß nicht genau wann. Das heißt, es kann sein, dass ich reinschaue, aber ich kann es jetzt nicht versprechen. Jedenfalls gibt es eine Sofort-Premiere. Und da mich als Soziologe wie als Historiker ich zu dem Thema Beziehungen und die Entwicklung von Beziehungsmustern soziologisch und historisch Stellung bezogen habe, ist das für Leute, die das Thema wissenschaftlich interessiert, vielleicht nicht ganz uninteressant. Ich weiß nicht, ich bin einer der Ersten. Also das Projekt ist noch in der Anfangsphase, aber es ist geplant. Also wenn ihr das im Auge behalten wolltet, seinen Kanal, ein Abo ihm da zu lassen und dann wird er noch mehr Leute natürlich im Laufe der Zukunft zu diesem Thema interviewen, so wie es auch bei seinem Corona-Projekt der Fall war. Ja, das war es, was ich euch sagen wollte. Und ich hoffe, es wird den einen oder die andere interessieren. Vielen Dank.